Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des AllesMachers. Heute mit dem Thema Gartenarbeit bzw. welchen energetischen Vorteil wir daraus ziehen können. Was meine ich damit? Ganz einfache Sache. Wir sehen es hier, ich habe es jetzt schon gemacht, Gestrüpp entfernt, einen kleinen Baum weggemacht, also ein kleines Minibäumchen, was wirklich bedeutet solche Äste hier. So von der Stärke her, so jetzt nichts wirklich super dickes, aber so ein bisschen, hier sehen wir noch den Schnitt, einfach damit der Weg wieder ein bisschen freier wird. Und genau, dann möchte ich euch einmal zeigen, was habe ich jetzt gemacht. Das waren ein paar Äste hier, alles wieder freigeschnitten. Man sieht es so ganz schön eigentlich, weil hier die kleine Lichtung wieder ein bisschen freier ist. Und ich zeige euch jetzt, wie viel Holz ich daraus gewonnen habe und was ich denke, wie viel Geld man damit einspart, einfach um zu zeigen, was man alles aus dem Holz, was man im Garten hat, an Abschnitten machen kann. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Genau, das ist der Haufen Äste, wo ich gesagt habe, den kann man gebrauchen, um ihn noch etwas kleiner zu machen und mit zu verbrennen. Wir sehen hier von dem Stockvolumen her, also von den Durchmessern her, das sind alles eher schmale Stücke, allerdings trotzdem noch dicke. Ich habe natürlich jetzt die kleinsten Äste, so Sachen, die Spitzen sind, ähnliches, habe ich natürlich abgemacht. Wie ihr hier seht, abgekappt, dann und genau, das ist doch eigentlich schon eine ganz schöne kleine Menge. Ich meine natürlich, hier vorne der dicke Stamm hier, der macht am allermeisten Volumen aus. Eigentlich denke ich mir schon, da kriegt man bestimmt, ja, so zwei, vielleicht sogar drei Mal den Atmos komplett gefüllt mit. Also zweimal auf jeden Fall. Ein drittes Mal eventuell noch, wenn man sich dann überlegt, dass wenn ich es mit Briketts fülle, eine Brikettspackung kostet knapp 3,99, beziehungsweise um die 3,50 Euro sowas letztes Mal. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch wieder so in die Richtung sich bewegen. Dazu folgt natürlich auch bald ein Video. Dann sind wir bei vier Füllungen, äh, bei vier Brikettspakete, die in die Heizung passen, drei bis vier natürlich auch immer wieder, sind wir bei knapp 13 Euro eine Heizladung. Das bedeutet, 26 Euro haben wir hier auf jeden Fall gespart. Nur durch die Abschnitte, die wir im Garten finden. Und, genau, vielleicht sogar noch mit den restlichen kleinen Krams Füllungen. Also, weil ich habe jetzt nur für zwei Ladungen, wären wir bei 26 Euro. Ich schätze mal schon, dass wir hier so zweieinhalb hinkriegen. Sagen wir mal, roundabout 30 Euro liegen hier. Und das ist nicht zugekauft ähnliches, das ist einfach nur durch Gartenpflege entstanden. Genau. Von daher, würde ich sagen, hat es sich gelohnt. Bis gleich, euer Allesmacher. Und hast gerne ein Abo da. Bis gleich. Ja. wonatt. Ja. Ja. Ja.